Ich glaube, sie sind Geschwister. Wobei, ach, wo geht denn die Hand hin? Also nicht, dass sie... Oh mein Gott, das klang jetzt so... Also ich denke jetzt nicht, dass die Hand irgendwie zum Schwanz geht oder so. Es ist einfach nur ein gekroppter Handshop. Nein, nein, ich glaube, es sind Geschwister. Ich glaube, es sind Geschwister, ganz ehrlich. Wobei... Ah, der ist schwer, der ist schwer. Der ist schwer. Die Hand. Dating würden Kopf und Nerven haben. Ja, außer, weil sie hat so diese Instagram-Pose, you know. Sie hat so dieses Instagram-Posing. Deswegen kann es auch sein, dass sie nicht... Also dass sie nicht... Nee, dass sie daten. Aber dass sie einfach ihre Pose macht, no. Ich sag, es sind Geschwister. Ich sag einfach, es sind Geschwister. Okay, wir lösen auf. Drei, zwei, eins... Oh mein Gott, ja. Ja, ja, ja. Zum Glück. Oh, ich dachte, den habe ich vielleicht falsch. Ich möchte jetzt nicht mit dir streiten on-stream, okay? Warum? Ich möchte jetzt nicht mit dir streiten, Mütter. Kannst du bitte aufhören, mir an den Haaren zu ziehen? Das ist häusliche Gewalt, by the way. Kannst du bitte aufhören? Was machst du? Was machst du? Vielleicht... Alexander, bist du drunk? Du wirst immer touchy, wenn du drunk bist. Warst du gerade drunk im Edeka? Nein. Warst du drunk im Rewe? Nein. Also warst du drunk im Aldi? Ah, okay. Nee, dann ist es schon okay. Weiß ich Bescheid. Alex, du kannst nicht... War offen, in meine Kamera zu schauen. Okay, danke. Du bist so drunk. Du bist so... Ja. Was hast du eben in die Kanne reingemacht? Ganz wie Wodka. Was habe ich gemacht? Ja. Er ist so drunk. Er ist so drunk. Er ist so fucking drunk. Alex, hast du dir gerade wehgetan? Warum hast du die Tür zugeknallt? Ich sage schon, es ist häusliche Gewalt, Leute. Es ist häusliche Gewalt einfach. Ich fühle mich hier in meinen eigenen vier Wänden einfach nicht mehr sicher. Mittlerweile. Es ist... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hört ihr nicht meinen Hilfeschrei? Hilfe. Hilfe. Hört ihr ihn nicht laut und deutlich? So. Dann hört auf 20 Kilometer, dass er drunk ist. Ja, ne? Er ist mega drunk. Okay, Alex, kannst du mir mal erzählen, was du im Edeka gekauft hast? Waschmittel, Küchenrolle, Saft. Ja. Und einen Müllsack. Und einen Müllsack. Also du warst für die paar Sachen gerade einkaufen. Ja. Warum hast du mir gerade keinen... Warum hast du... Ich hätte gerne Lasagne. Ja? Ich gehe nicht nochmal. Du gehst nicht nochmal, warum? Weil es echt warm ist, sondern ich kann den Kappen. Alexander, du lullst ein bisschen. Ich lull nicht. Du musst lachen. Du musst die ganze Zeit lachen. Und du bist mega touchy. Warte, ich bin nicht... Du fängst aber an zu lachen. Ich bin gerade hier hinten ganz normal. Ich mache... Alexander? Ja. Ja. Du singst ja fast. Ich habe da keinen Bock drauf. Schau mal, wie du lullst. Oh, schau mal, keinen Bock drauf. Hör auf, die Sache so hinzustellen. Wie stelle ich denn die Sachen hin? Du bist so schlimm. Wieso bin ich denn schlimm? Weil du mir das so voll unterstellst. Weil ich dir das voll unterstelle? Ja. Bruder, Bro. Du lullst, ich rede voll normal. Nicht Bro. Du redest voll normal, Bro. Ich bin nicht dein Bruder. Ich bin nicht dein Bruder, Bro. Oh, wie aggressiv er klingt auf einmal. Bro, Bro. Alex, bist du okay? Ja, ist der Alkohol. Es drückt auch eh jeder für Ja. Warum hast du diese Umfrage überhaupt? Okay, Alex, kannst du vielleicht noch mal einkaufen gehen und mir Hackfleisch... Weil ich hätte gerne Spagett. Wir haben noch Hackfleisch da von HelloFresh. Von HelloFresh, ja? Okay. Schau mal, der Chat ist sich eigentlich fast einig. Guck mal. Ja, natürlich. Also klar ist es ja. Kannst du mal kurz herkommen und ins Mikro reden? Hier. Ja. Okay. Also erzähl dem Chat mal sowas. Wie man... Oh, fuck. Warte mal. Oh mein Gott, Alex! Er ist so drunk! Er ist so drunk! Ich suche den Ernst! Hey, was willst du denn? Er stand hier gerade mit einem Shot hinter mir. Ich hab' mir in der Hand. Ich hab' mir in der Hand. Ich drehe mich um. Hä? Ich drehe mich um und hab' einen Shot in der Hand. Was willst du? Alexander! Ich hab' das die ganze Zeit nicht gesehen. Weil ich auch nicht in der Hand hatte, hä? Und er steht hier und labert so. Nein, das spürt, ich bedrohe ihn gerade. Aber ich hab' nur das in der Hand. Und ich dreh' mich um. Ich dreh' mich um und auf einmal hat er einen Shot in der Hand. Bist du mit Lügen oder nicht? Oh mein Gott, ich komm' nicht klar. Ich komm' nicht klar. Was soll ich jetzt ins Mikro sagen, hä? Ach so, ist gar nichts mehr ins Mikro sagen. Ich weiß nicht, was du... Du weißt nicht, was ich hörst? Was du vor mir leidest? Du bist so drunk, er jetzt. Ich bin nicht leid. Du bist so drunk, er jetzt. Ich bin nicht leid. Ins Mikro sagen. Ich weiß nicht, was du... Du weißt nicht, was ich hörst? Was du vor mir leidest? Du bist so drunk, er jetzt. Ich bin nicht leid. Okay, ich geh jetzt. Also ich geh' nicht nach meinen Kopf. Wieso rennst du vor mir weg? Ich will doch nur deine Liebe. Lieb mich. Ist mir scheißegal. Ich... Ich... Ich...